Die Welt bleibt konstant. Die Welt bleibt konstant. Okay, es wurden einfach nur die nächsten Teile noch freigeschalten. Sieht relativ simpel aus. So, angekommen an der ersten Stelle. Kurz einen Überblick verschaffen. Okay. Okay. Dann muss das auch noch ein bisschen besser anvisieren. Okay, so geht das noch ein Stück. Einer fehlt noch. Den ich aber noch nicht ganz sehen kann. Ich werde mir einen kleinen Überblick verschaffen, um das dritte Tier zu finden. Also hier schien es mir nicht so. Wo hat sich das dritte Tür versteckt? Ach, da vorne. Mein Gott. Eigentlich sollte das nicht so schwer sein. Wenn ich hier noch rauche. Oh ja, das war ein voller Fehleimer. Ich mache mir so aus von der Seite. Dann sollte das klappen. Dann sollte das klappen. Was abwarten. Gut. Na, so geht es ein bisschen leichter. Auf zum nächsten. Ich hatte zwar jetzt an der ersten Stelle ein paar Schwierigkeiten, aber an sich dauert das trotzdem nicht sehr lang. Gut. Angekommen an der nächsten Herausforderung. Ja, das ist der eigentlich nicht so zu klicken. Ich hab's nicht mehr zu klicken. Ich hab's nicht mehr zu klicken. Ha! Krass! Ha! Du wirst! Ja! Ja! Schauen wir es, dass es auch Materialien hinten nach von den Gegnern gibt. Also rundiert sich so gut, ob wir das Zimmer. 1 1 und 1 2 Damit haben wir gleich schon mal die 120 Urgesteine wieder aggressiert. Hat jetzt nicht lange gedauert. Keine 10 Minuten. Schauen wir mal, was die Quest noch macht. 2 1 2 2 3 2 3 4 5 Ja, wie es aussieht ist damit komplett alles abgeschlossen. Es gibt keine weitere Bewohnung. Und damit sind wir für das heutige Video fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. 2 3 6 6 6 7 7 10 10 10 11 11 11 12